Rieg dich weiter Okay, da ist sogar noch einer Zack Zack Erledigt Das sieht gut aus Natürlich Waren die zuerst dran Wie sollte so Oh Gott, da ist noch einer Okay, komm hier Definitiv Zurück angegriffen, tot Ach, komm, wegen einem hast du jetzt überlebt Ich glaub's ja nicht Du hast aber ein Glück Dass du wegen einem einzigen Leben überlebst Zack Der Vorteil von ihm ist halt Das ist vorbei Oh, schade, okay Ich hätte erst mit dem reingehen müssen Damit ich was sehe Zack Okay Wir sind angespannt Hier, da ist der nächste Natürlich greift er an Okay, so war definitiv besser Hier mein Pferd Gib den ordentlich einen mit Und beende deine Runde Hier, es ist die Ratte noch dran Wir haben jetzt Den Hauptteil von denen hinter uns Eine neue Runde beginnt Da ist Zack Zack, erledigt Nein, den Punkt muss ich gar nicht ausgeben Wozu auch Geht ihr auch nochmal Nein Dafür, dass die uns angegriffen haben Lassen wir die sicherlich nicht hin kommen Natürlich überlebt er Zack 95 Oha Oh, da ist noch eine Ratte Hier 89 Kritt und vorbei ist es Alles plündern Alles reparieren Okay, untersuchen Die nächste Runde Mensch Irgendwo ein Zeichen noch Er nicht Wasser fließen Alles ist still Abfließt Okay, fließen und abfließen Oh Gott, oh Gott, oh Gott Okay, ich habe erstmal abgeflossen Sollte reichen Ja, ein bisschen Erz Warum auch nicht Die Frage ist, ob meine Fackeln reichen Nicht Gar, es könnte eng werden Wenn ich ehrlich bin Geh in den Altar Noch habe ich nirgendwo andere Zeichen gesehen Das ist ein Problem Sogar ein großes Okay Untersuchen Hier haben wir noch eine Schrift Wohlstand Sehr gut Hier muss ich Wasser fließen Ich weiß ja nicht Muss ich jetzt wirklich Wasser fließen lassen? Ihr Licht, euer Facken Scheint plötzlich Auf ein monstroses Gesicht Ja, wir müssen gerne Es bleibt mir ja nichts anderes übrig Leider Ich würde es gerne vermeiden Wirklich gerne Okay Wer ist Feuer und Flamme? Keiner Okay Gut zu wissen Okay, da vorne sind welche Das heißt Definitiv Oh, okay, nein Ich dachte, da sind wir unterwegs Wenn ich ehrlich bin Okay, das hat mich jetzt überrascht Ohne Witz Ich dachte, da sind wir Das ist ein Gritz Definitiv Okay, komm hier Zack 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 Okay, noch zwei Stück Mindestens noch zwei Das ist ein Minimum Ich dachte eigentlich, dass ich das verbessert hatte Hm Anscheinend nicht Hat nicht gereicht Vor allem jetzt wieder einen Schatten Ich sehe ihn nicht mehr Das heißt, ich muss warten, bis er mich wieder angreift Um Zusatzschaden wieder zu machen Äh, wie gesagt Um allgemein Schaden zu machen Weil Wenn ich ihn nicht sehe Kann ich Logischerweise auch keinen Schaden machen Okay Bewege Bewege dich mal hier hin Einmal hier bitte Einmal hier Na Funktioniert so nicht Herr Schade, schade, schade Hätte ja klappt Obwohl ich sollte das mit den Fackeln eigentlich nicht so oft machen Wenn ich ganz ehrlich bin Sollte ich das sogar gar nicht so oft machen So ganz und gar nicht Weil sobald sie ausgehen Habe ich ein riesen Problem Aber wirklich Okay Okay Von hinten natürlich Sollte es natürlich auch anders sein Okay Okay noch einer Aber das sollten die jetzt gewesen sein Das bedeutet Eigentlich Ja Stimmt, da war ja noch ein Viech Da war ja noch eins Okay Angespunt Na so ist besser Und der kann in aller Ruhe den hier angreifen Niedergemacht Und zack Nein Vermessen zu bänden Okay Jetzt kassiert das Pferd halt noch ein bisschen Ist aber nicht allzu schlimm Denn das sind ja auch nur Erfahrungspunkte Ich repariere hier gar nichts Okay Ich hatte eine rote Uhr Ein gelbes Dreieck Gelbes Dreieck Okay Dieses Wasser sollte weg sein Überflutet Aber wie kann der Raum jetzt noch überflutet sein Wir sind müde Okay Dann holen wir uns mal ein bisschen aus Okay Zack Ach wozu überhaupt Hier zack Zack Und rasten Und natürlich ist keine Gefahr mehr da Ich habe ja alle erledigt Wäre ja seltsam Wenn da jetzt noch eine Gefahr wäre Wie viel habe ich noch? 14 Okay Irgendwo fließt was ab Hier ein blaues Verwendet schlichter Schlüssel Okay Blaue Rote Ding Und ein gelbes Dreieck Untersuchung Inmitten von Rostigen Gegenständen Viele Kronen Die euch seltsam bekannt vorkommen Wir haben unsere Kronen wieder Oh hier Kortex des Händlers Sehr gut Eisenerz Nehme ich mit Freuden mit Aber mit so großen Freuden Hier davon gibt es nicht genug Also diese Ärzte sind Oh Oh ist Meister Die Menge der bei Abbau gesammelten Ressourcen Oh ist Meister jetzt Maximum Ja Meister ist das Höchste Erhöht die Menge der bei Abbau gesammelten Ressourcen Verfassung plus 7 und Stärke plus 5 Mega gut Jetzt bin ich gespannt wie viel ich am Endeffekt abbauen kann jetzt Das sehe ich beim nächsten Mal Es war immer so 8, 9 Mal sehen was es jetzt ist Okay nur ein einziger Fisch Jemanden Oh das ist der Typ Reichweite Ja Das kommt davon Wenn man so gierig ist Dann passiert sowas leider Ich gehe mal hier hin Ich will gucken ob ich hier noch irgendwas finde Schlichter Schlüssel Come on Wo war das jetzt mit der Truhe Hier Ja doch hier guck Wegen Kodex des Händlers Allein nur deswegen Hat sich das mega gelohnt da wieder zurück zu laufen Also wirklich in diesen Ruinen muss man alles untersuchen Okay untersuchen Geselle Okay es war Gelbe Dreieck Oh nicht Gibt es noch eins Warte ein Dreieck in der Mitte Okay dann ist das einzige Okay dann würde es das sein Zack Ist auch ein Meister Fängert den für Widerstellung Ein Schatz der anerforderliche Menge An Rast um eins Auch ein Meister Jetzt schon Oh das ging schnell mit dem Willenskraft plus acht Noch zwei Willenskraften Hat er die Fähigkeit Oh 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 Mit den Fackeln Das wird ein bisschen eng Die Atmosphäre ist angespannt Aber Gefährten spüren wie Augen Sie verfolgen Oh Stufe sechs Kampf Oh das wird schwerer jetzt Und die meisten haben keine Fackeln mehr Das Bedeutet für mich Ein Problem Was heißt ein Problem Ein starker schwerer Kampf Oh eigentlich hätte ich die Bomben Ich hätte diese Brandbomben herstellen können Das wäre jetzt schlau gewesen Und ich habe meine Leute das letzte Mal nicht repariert Und ich mache einen Level sechs Kampf Oh Gott Ja ich speichere jetzt erstmal Ja Okay allererst Zu allererst Das was ich leider nicht mag Ich denke in der Mitte sind welche Drei Stück Perfekt Guter Anfang Nicht perfekt Könnte alles noch besser sein Aber nichtsdestotrotz ein guter Anfang Okay Nummer eins Okay Nummer eins Und eine Ratte die sich irgendwo bewegt hat Du gehst Du gehst definitiv hier rüber Und tötest die beiden hier Das war deine wichtigste Aufgabe Die hast du gut gemacht Ich hätte es ja Naja Noch habe ich eine Chance Die nun zu bringen Perfekt Okay ich hoffe Dass da einer Wenn da einer ist Dass er ihn abfängt Darf nicht allzu viel Schaden kassieren So geht zu beenden Wenn du dich bewegst Könnte Natürlich Ist hier jetzt keiner Da ist natürlich einer Beim Bogenschützen Wo auch sonst 55 Mit dem Bogenschütze Rückangriff Okay das passt Okay gut dass ich mit dem zurückgegangen bin Okay geh in die Fackel Das Licht besser gesagt Ja werb du erstmal da Dann geh du weiter vor Das Problem ist ich hab halt keine Ahnung wo was sein könnte Okay da ist einer Das heißt hier sollten noch ein paar sein Erstmal zack Einer hinüber Zugband Okay hier sind doch welche Okay Sehr gut Dann geh du erstmal Hier hin Natürlich ist da noch einer Warum auch nicht Okay Okay erst mal Zack Natürlich nicht Geschafft ihn hinzurichten Was jetzt schon mal Ziemlich schlecht ist Aber ey So sollte es gehen Und das ging sogar gut Hier sind drei Oh Gott Oh Gott Oh Gott Oh Gott Ja Love ihn Super Ja Ja Ich hätte mit dem weiter weg Dann hätte ich hier den Schießbogentypen da machen können Und es wäre noch alles gut gegangen Okay einer von denen Und hier alle drei Wenn ich Glück hab Laufen die Wie gesagt Wenn ich Glück hab Sehr gut Okay Ich bin doch noch im Game Hier setzt Zorn ein Der ist hinüber 100%ig hinüber Und da kommt keiner entlang natürlich Schade Oh perfekt 72 Dankeschön Das war jetzt etwas was ich Gerne gesehen hab Aber warum gehst du nicht weiter Ah weil er noch ein Nager ist Deshalb also Ok Wenden Ja sehr gut Ich hätte mit dem nicht so nah hin Müssen Oder sollen Besser gesagt Jetzt Aber ist noch Wirklich Alles im Lot Eigentlich Es sieht nur den einen Das ist das Problem Ok Dann lauf mal weiter Sack Sack